hebe doch nur die füße sind das hier das wie im bunker die sterne auch nicht die schlöcher ein schuss im kopf fällt ja um einmal frei es geht bei mir nicht drei magazine davon anderthalb im kopf oder so langsam schießen das irgendwie trifft das was ich will du bist hast du den den fliegenden schon erschossen naja was ist das problem mach schön langsam kannst du meine leiche ne die sind alle hier neben mir hier kommt schon der nächste zack der nächste tot die kommen im sekundentakt raus die idioten muss doch mal alle sind gibt es doch nicht das ist doch sinnlos dumm alter muss doch mal gut sein hier hey leute darf ich nächste runde mit spielen wenn ich unsere hast die raten und unseres retten nicht abschrecken wo ist jetzt die mosin schon wieder also hat die mosin schon wieder nicht in der hand aber ich hätte so schön schießen können ach komm mal der fickt euch doch du trägst geben alter na klar wenn ich hier drauf gehe also ich gehe gleich drauf irgendeiner muss meine waffen aus das kann nur blei machen mich ja fertig kommen aber wieder am tor nachgespawnt ja ja ich habe keine waffe ich habe eine mosin nein da war der blumenkübel im weg und alles aber er trifft natürlich nicht gut erfahr ich mal nackt da rein ne nackt nicht da kannst du mir ein bisschen lps munition mitbringen das kann nichts machen wo hat er denn schon wieder die dreckswaffe andauert weg menschen zu tun ich komme von einen seiten ich habe halt den bock mehr also wir wollen so gut unterwegs man ja wir waren nah dran ok ich bin oben schon links auf dem gang ganz vorn am haus auf der brüstung war auch noch einer da wird der blaue pick up steht in der ruhe schreit einer nach links weg da ist jemand blüten nicht mehr ha 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 geil oh der oben steht noch so drüber oh er ist nicht mehr ich habe ihn gerade umfallen sehen wer hat er erschossen keine ahnung ich nicht ich auch nicht ach so habt ihr den jetzt aufs umfallen sehen auf der treppe ja 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 da vorne auf der farse was ist denn das für ein mist was ist denn das für ein mist was ist denn das für ein mist es ist ja vorne warte ich mal auf euch hmhm ... auch ja hier so kommen wir vor okay ich sehe euch den schreck über euch auf der straße er hat euch gesehen der stimme ich frage mich wie sie mauren davor keine ahnung hat denn sie sind ja er hat gar nicht und legen und legen er ist weg oben auf der brüchung ist weg oben auf der brüchung im haus ok jetzt war gerade einer rechts noch neben euch habe das nie ich check er ist weg sehr gut ich muss mich erst mal zurückziehen nachladen die scheiß moos sind statt vorhaut zieh mich zu ja moos ist aber gut würden wir hier eine op durchführen ja machen wir ja eine operation oh was ist los da unten ist er hat ihn minus ok geil dann einfach da unten im bus wo eben keiner war krass wie kommt der denn da hin das bornerad ist ja wahrscheinlich auch brachial zu hoch ja ja denke ich auch ich hab vor uns gesehen da kommt ne millionen er schießt ne millionen es kommt ne milliarden noch mal aus dem scheiß hotel raus ach der neun lachen vor dem hotel und dann kam immer weiter es waren immer wieder drei stunden das ist besser als ich nicht sagen kann Matze explosionsartig alter das ist wie so ne kernfusion ist das ich meine so macht es ja schon spaß so ranschleichen und taktisch vorgehen und so aber es muss ja auch mal ein ende haben hier so sieht es aus guck mal sind sie alle ja da oben kommen die reißen aua ja da oben ja was ganz oben? vom hotel oder was? von der trappe oben ja wie noch einer liegt genau so alle wieder einsatzbereit ja die ganze zeit schon na gut dann gehen wir vorne zweiter na Matze irgendwann muss ja mal die reise vorbeigehen ja ne mhm das denk ich auch du weißt nicht ob ich gedacht habe oder du holen kann ah ist schon gekommen hä ja headshot down knapp ja ich bin tot ich bin tot nein oh nein aber du hast ja den den hubschrauberlandeplatz jetzt schon da kannst du dich ausrüsten ach credator ist hier auch heiße oder ich ich hau sein zeug raus ja credator steig in den hubschrauber und komm her hier liegt dein zeug ok ich ich was ist mit 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 koks ich bin in koma wo liegst du die? auf der straße auf der straße auf der straße ach hier vorne bei mir warte 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 passt du ob das gegner kommt ja hier ist er hier ist er wir müssen uns sputen nicht dass die er nachspornen muss man die heli rufen oder kommt automatisch du musst hotel 3 einklicken und dann rufst ihn da ist er sehr gut ja ach ich bin gerettet ja nein du hast ja 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 Minus ja gut ich bin jetzt vorne in der kreuzweiler okay kommt ein von straße dann gerade bei mir vielleicht sein wird auch für irgendwo an der treppe meine fresse die idioten links rum ok 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 ich habe kein verband blei hast du noch verband Ich hab verbannt, komm zu mir. Ja, komm her, ja. Dann komm von der Straße runter, von der Gottverdammten. Komm hier, hopp, und legt sich immer hin, ja. Raven, wheels down and ready to load. Nein, nicht Usa, nein, nein. Brich ab mit Rädern, abbrechen. Hier, ich, rechts, äh, ja, genau. Hier, ich hab, oh, Alter. Ich hab schon, hier, ich... Na ja, dann nicht hektisch werden, abbrechen. Diesmal feuer, um mir dort Granaten rein, wie blöder. Ja, ja. Oder wollen wir die Rampe riskieren? Wollen wir die Rampe riskieren, oder? Nein, weiß es nicht. Nee, ob man muss jetzt nicht sagen. Lieber nicht, was hab ich gemacht, um zu matzen, ja. Kriter, bist du schon gelandet? Äh, ich bin unterwegs. Okay. Du musst dich beeilen, nicht, dass die nachordnen. Was? Was schießt hier, Joder? Oh, Alter. Mir eine übergezogen. Boah, das dumme Schwein. Der hat mich eigentlich übergezogen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich hab ihn nicht mal gesehen, Alter. Das ist immer das Schlimme, was ich im Katzen finde. Boah, hier links kommt schon die Stimme hier oben. Ich glaube, da kommt gleich, bleib verliegen. Hinter dir. Alter. Genau der. War das das Arschloch, was mir eine übergebracht hat? Ja, denke ich mal. Ich denke, ich bin schon der Zehnte, der hier rauskommt. Das reicht gar nicht. Jetzt geh ich hier drüben, ganz linksaußen lang. Boah, ich glaube, was war hier. Na ja, das bringt auch nicht so viel. Da kommt doch schon wieder einer die Rampe runtergeschissen. Ja, ja, da wird es gleich dort lang kommen, wo ich den ja eh nachlösen habe. Das ist ja. Aua! Blöder Hund! Da ist ja. Okay, nice. Da kam mir vorne raus, ja, gut. Wer schießt denn mehr? Oh, ich bin wieder tot, glaube ich. Oh nein, ich bin wieder tot. Da ist ja wieder tot. Da ist ja wieder gespawnt da hinten. Ja, wieder tot. Ja, die Spawn hier ist super schnell, das ist dumm. Dumm schnell, ja? Na gut, sein Zeug haben wir ja rausgeschlossen. Ja, sein Zeug kannst du jederzeit holen, das liegt immer noch da. Ich arbeite mich weiter vor. Das ist Raven, Bingo Fuel, RGB. Ja, das hat er mir auch gesagt, gerade. Und ein wenig Schwarz stecken. So, man ist schon weit vorne. Da ist ja alles wieder dran. Oh, ein bisschen Schwarz stecken. Das ist ja. wir schlagen schritte ein Was ist da hinten? Linke Seite. Okay, er ist weg. Geil. Vielleicht mal 8 mal hier drinne. Mhm. Wer war das? Okay. Ist tot. Guter Mann. Ja, von hier oben kann man das... Wie schnell die auch echt wieder spawnen? Das kürzt mich an. Ja, die spawnen zu schnell. Definitiv. Vor allem müssen wir ja wieder rauskommen. Ja. Machen wir dich heiße nochmal. Ja. Aha, er ist unterwegs. Oh, hier rechts schießt du oder was? Am Rand. Oh, ich bin einfach reingerannt. Okay. Guck mal, wir haben doch einen blauen hier. Geil. Okay. Hi, boy. Friends here. Das war ja zu fünft. Na ja. Ja. Jetzt muss ich bloß den blöden Raum finden. Mhm. Sollen wir mit reinkommen? Ja, ja. Auf reicher sind noch Idioten drin. Ja. 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 Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ja. Ähm. Warte los, vielleicht mal ruhig. weiß ich nicht so. Los an. Eins issuell. SChild form. Jaaaa. じゃ, die spring aber schnell. Warte geschlossen? also unser mate ist gestorben hier der blaue ja ja ach so ja bleiben wir müssen ein bisschen an deckung weil ich habe angst dass wir jetzt hier jemand hochkommt ja so kommt er mit rein ja 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 wir sind drin oder wo bist du vorher wo haben wir die kai getötet die sind immer wieder da ja ja wir machen die mission und dann kommen wir dann bringen wir dir was mit nicht ganz umsonst war immer eine granate reinfeuern oder was oder ich hab auch nichts ne sind die auch hier drin ich weiß es ja eigentlich ja geht zurück geht weg 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 okay bei mir hat es ausgesehen als würde die an der tür gepackt ja die ist manchmal ich habe meine nade reingeworfen ich habe keinen gesehen jetzt geht es weiter soll ich auch noch meine nade werfen nee warte ich will mal kurz gucken ich habe es genau so laut wie vorher ja hey come out ja 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 da geht der putz von der wand zwischen den schweißen da kommt schon gleich vor da kann man erschießen er ist aber links links die splitter sind ja überall hier wie geil das aussieht kommt gleich noch einmal das glaube ich auch und wir kommen die an sofort ja gleich gespendet mann hier war doch gerade irgendwas nein kasse plündern ich habe passport geplaced wir können raus ja komm abhauen abfahrt ja auch passt auf es sind wieder welche nachgesprungen ja ja definitiv würde ich dann sagen wir töten die dann und dann kann der mail sein lud aufheben ja musst aber warten ihr predator bis wir klärt haben ich renne schnell vor ihr könnt kommen junge war das eine schwere geburt jetzt ja aber hat spaß jetzt ist auch wenig keiner durch die luft geflogen ja unsterblich ja mit dem letzten nein 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 aber das wäre jetzt richtig krass gewesen wenn jetzt gestorben wärs matz und das ist jetzt nicht gezählte mission das zählt ist abgehakt ich kann sterben ja muss man auch mal sterben ne jetzt nicht mehr so weil wir haben es ja geschafft geil geil geschaffen geil geschaffen ja